Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Altcoin Update Video. Heute habe ich mir Elrond Egold, wie auch immer ihr es aussprechen wollt, rausgepickt. War einer der doch öfteren Wünsche, was ich auch in den Kommentaren gelesen habe. Deswegen schreibt gerne unten weiterhin eure Kommentare rein, welche Altcoins ihr euch wünscht. Und den mit den meisten Kommentaren oder sowas werde ich mir dann immer rauspicken. Ja, ein Altcoin, wo wir auch schon seit dem Bärenmarkt investiert sind, auch schon gute Kurse gesehen haben. Diese Kurse haben wir jetzt aber wieder erreicht, beziehungsweise waren da jetzt erst vor ein, zwei Tagen. Ich habe leider, wie gesagt, das Video nicht eher geschafft. Trotzdem weiterhin meiner Meinung nach ein sehr, sehr interessanter Altcoin, auch für einen potenziellen Bullrun. Wieso, weshalb, warum, werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update anschauen, wo ich möglicherweise Kaufzonen sehe, wo ich selber nochmal einschlagen oder einkaufen werde. Das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update Video anschauen. Außerdem, ja, mögliche Prognosen. Ihr wisst, ich bin da immer etwas pessimistischer. Trotzdem, prognosentechnisch schauen wir uns das Ganze mal an. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne ein Like da, abonniere den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und wenn ihr E-Gold oder sonstige Altcoins kaufen wollt, kann ich euch nur meine Partnerbörse Bingix empfehlen. Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. So, jetzt aber rein in die Analyse. Momentan traden wir bei 36,9 US-Dollar, das heißt bei knapp 37 US-Dollar. Wir hatten hier einen, muss man schon eher sagen, kürzeren Bullrun mit einem eigentlich perfekten Doppeltop hier in der Ausbildung auf 78 US-Dollar. Hat gut gesessen, dann ins Golden Pocket rein, runtergebrochen, lange konsolidiert und jetzt den mustergültigen Breakout nach unten hin. Das heißt, wir haben hier bei E-Gold eigentlich ein perfektes Doppeltop gehabt, perfektes Top-Case mit eben jetzt auch dieser perfekten Korrektur, die eingesetzt hat und dann natürlich auch ausgespielt hat. Jetzt seht ihr hier unten schon, das ist diese Box bei 26 bis knapp 30 US-Dollar. Das war die Box, in der wir im Bärenmarkt damals eingekauft haben. Und diese Kurse haben wir jetzt wieder gesehen. Wir sind jetzt schon um einiges gestiegen, beziehungsweise 10-20% nach dieser Erholung, die wir hier gesehen haben, natürlich auch im kompletten Kryptomarkt, waren sogar 40% schon krass. Okay, hat ordentlich zugelegt. Heißt aber nicht, dass solche Kurse nicht noch einmal kommen können. Denn wir haben ja momentan im gesamten Markt eine kleine Zwischenkorrektur nach oben hin. Wir sehen es bei Bitcoin, wir sehen es bei Ethereum, wir sehen es bei den Altcoins, die sich von ihren Tiefständen erst einmal erholt haben. Jeder Altcoin hat aber momentan das gleiche Szenario. Und die Leute, die jedes Video die letzten Tage immer wieder gesehen haben, wissen vielleicht auch, was ich hinaus will. Und zwar sind das diese langen Dochte. Diese haben wir überall bei den Altcoins, vor allem im Daily-Timeframe. Und das ist eben dieser entscheidende Tick, der so wichtig ist, dass wir hier überall noch Liquidität liegen haben. Wir schauen uns das jetzt mal im 4-Stunden-Timeframe an. Hier ist es ähnlich. Riesengroße grüne Kerzen, die hier nach oben gehen, mit sehr, sehr viel Volumen, die noch nicht einmal mehr aufgefüllt wurden. Wir können uns ja auch das gerne mal mit dem Traders-Reality-Indikator ansehen. Da sehen wir auch noch, dass wir hier auch noch Vector-Candles liegen haben. Also auch hier, die Überschneidungen sind relativ groß, die hier einfach mit eingebunden werden müssen, dass wir eben hier nochmal runtergehen sollten. Nächster Punkt, wir haben jetzt hier erstmal den Pivot R1 auf dem 4-Stunden-Timeframe erreicht bei 37 US-Dollar. Wir haben hier noch etwas Luft, sage ich mal, bis hier oben knapp 40 US-Dollar, weil die Ineffizienz hier oben noch geht. Ihr seht hier auch sehr, sehr viel Verkaufsvolumen. Das heißt, das ist momentan auch so ein bisschen mein Maximalziel, bevor wir dann nochmal eine Korrektur kriegen würden. Und das wäre jetzt dann auch so in den kleineren Timeframes der erste Entry, wo ich sagen würde, okay, da kann man jetzt dann die ersten größeren Etappen wieder nachkaufen. Ihr wisst diese, ich gehe nochmal ganz kurz in den Daily-Timeframe, die große grüne Box, das ist diese hier zwischen 30 und 26 US-Dollar. Das ist die große Kaufzone, in der wir im Bärenmarkt eingekauft haben. Für alle, die ja nicht eingekauft haben, das ist eigentlich für mich der perfekte Entry. Der zweite Entry, und das ist jetzt eher der Bearisher, muss man da schon ehrlicherweise dazu sagen, weil wir den im letzten Bärenmarkt nicht bekommen haben, diesen Entry. Der liegt zwischen knapp 22 US-Dollar bis 20 US-Dollar. Das heißt, wer wirklich darauf hofft oder sonst irgendwas, der hofft, dass wir nochmal diese Kurse hier unten zwischen 20 und 22 US-Dollar sehen, dann wäre hier insgesamt 50% einzukaufen, beziehungsweise die Möglichkeit 50% hier einzukaufen von Invest, und dann auch hier unten nochmal 50% einzukaufen. Das heißt, man hat dann einen sehr, sehr guten Entry von, ich sage jetzt mal, 25 Dollar grob überschlagen, was für den Bullrun wirklich ein guter, guter Entry meiner Meinung nach ist. Vor allem, weil wir ja schon gesehen haben, wir waren schon Richtung 78 US-Dollar, das wären dann ungefähr 200%, die man hier zulegen würde. Ist jetzt nicht wirklich viel für eGold, weil wir hier noch keinen richtigen Bull-Case hatten. Wir schauen uns aber auch dann gleich nochmal ein bisschen die Prognose an. Kurzfristig wäre, wie ich bereits schon im Markt drin ist, ich überlege dann eher nochmal hier bei einem Rücksetzer zwischen, ich sage jetzt mal, 31 und 26 US-Dollar erst einmal einzukaufen. Das heißt, auch hier, wenn wir diesen Rücksetzer kriegen, den ich mir hier nochmal erhoffe, würde es auch perfekt zu unserer Kaufzone eben reinpassen. Trade-technisch würde ich hier trotzdem erst einmal die Finger lassen. Wie gesagt, Golden Pocket ist hier schön und gut, wir haben aber hier durch diese 4-Stunden-Candle mindestens noch Potenzial, hier runter zu kommen in den Bereich der 28 US-Dollar. Außerdem müssen wir gesamtmarktlich uns das dann angucken, wie steht Bitcoin etc. pp. So, jetzt aber nochmal zur Prognose. Also erster Step für Bullrun, sollten wir überhaupt nochmal in einen Bullrun kommen, wäre auf jeden Fall dieses Hoch- oder dieses Doppeltop hier bei 78 US-Dollar. Es wäre nach jetzigem Stand dann nochmal 200%, sollten wir unsere beiden Entries hier abholen. Ansonsten ist für mich das Ding klar, muss erstmal das Golden Pocket erreicht werden, das liegt hier bei 343 US-Dollar. Gehen wir jetzt wirklich mal von unserem Durchschnittspreis aus, ich weiß, klingt immer ein bisschen übertrieben, wären wir hier bei 1300%. Das wäre für mich schon mal grundsätzlich ein perfektes Szenario, auch würde es, sage ich mal, zu diesem Falling Wedge-Chart-Pattern passen. Wir hätten hier das Golden Pocket etc. pp. Wäre ein Anfang. Warum, sage ich nicht, ey Leute, wir gehen hier in Richtung 863 US-Dollar, weil das meiner Meinung nach absolut utopisch erst einmal ist. Wichtig in einem Bullrun, auch in einem generell mega utopischen Bullrun. Erstmal das letzte Zwischenhoch, das wäre hier bei 78 US-Dollar durchbrechen, dann das Golden Pocket von unserem letzten Bullrun-Top und dann können wir uns über utopische Preisziele, ja, Gedanken machen. Vorher macht das meiner Meinung nach keinen Sinn, ist weiterhin Clickbait, macht keinen Sinn und soll euch auch nicht von euren eigenen Chancen beziehungsweise Risiken ablenken. Ansonsten, ja, wie gesagt, das sind meine beiden Einkaufszonen, lohnt sich weiterhin meiner Meinung nach sehr, sehr gut in diesem Preisbereich und, ja, ansonsten werden wir uns jetzt die nächsten Tage weiterhin jeden Tag mindestens ein, zwei Altcoins angucken. Das war es von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Tag. Lasst ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und wir hören uns auf jeden Fall morgen wieder. Bis dahin. Ciao, ciao und wie immer. Stay Cripp.